Jerusalem, die heilige Stadt. Seit Jahrhunderten umkämpft, schürt heute die Siedlungspolitik rund um das arabische Ost-Jerusalem den Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern. Diese unscheinbare Hügellandschaft am Stadtrand ist der jüngste Streitpunkt. Schlicht E1 wird die Zone genannt, dahinter verbirgt sich ein Siedlungsprojekt mit politischer Sprengkraft. Frieden jetzt dokumentiert seit Jahren die Siedlungsaktivitäten um Jerusalem. Eine Polizeistation steht schon, 3500 Wohnungen sollen folgen. Internationale Kritik hat den Bau vorerst gestoppt. Israels Idee dahinter ist, einen Gürtel israelischer Präsenz zu schaffen, dort wo die Palästinenser ihren Staat errichten wollen. Und damit will man diesen Staat verhindern. Wir glauben, dass E1 die Zwei-Staaten-Lösung zerstören wird. Der seit langem geplante Bau würde die E1-Zone mit der gegenüberliegenden jüdischen Siedlung Mala Adumim verbinden und schiebt sich für ein Riegel zwischen Westjorderland und Ost-Jerusalem. Es würde noch genügend Platz für einen palästinensischen Korridor geben, meint der Israeli Daniel Luria in Mala Adumim. Der Chef einer Siedlerorganisation will freie Hand beim Bau von Wohnraum. Es ist etwas, worüber es einen Konsens gibt. Jeder Premierminister, egal ob mit einer linken oder rechten Regierung, hat gesagt, dass E1 absolut notwendig ist. Ich sehe es als unser Recht an, dass wir als Juden im Land Israel überall bauen können. Israel setzt darauf, dass große Siedlungen wie Mala Adumim bei einem Friedensabkommen bei Israel bleiben. Für die Palästinenser schafft der Siedlungsbau unumkehrbare Fakten. Auch deshalb haben junge palästinensische Aktivisten wie Hafez Omar erstmals selbst einen Hügel in der E1-Zone mit selten besetzt. Symbolisch, Bab el-Shamz, das Tor zur Sonne, hieß das Zeltdorf. Wir haben das Gefühl, dass uns unser Land jeden Tag langsam, aber sicher unter unseren Füßen weggenommen wird. Die Siedlungen rücken näher und die Gegenden zwischen den Städten werden von den Siedlern bestimmt, mit ihren speziellen Straßen und Einrichtungen nur für die Siedlungen. Unsere Idee mit Bab el-Shamz, das Tor zur Sonne, war, auch auf unsere Weise Fakten zu schaffen. Die Zelte wurden nur wenige Tage später von israelischen Einsatzkräften abgerissen. Der Konflikt um den Siedlungsbau rund um Jerusalem bleibt eine der schwierigsten Fragen.